Vom 19. bis 21. Februar fand in ganz Russland die offene gesamtrussische Aktion Totalis Diktat statt. Ziel der Aktion sind die Populisierung der deutschen Sprache und die Verbesserung der deutschen Schriftsprache. Die Aktion ist eines der Netzwerkprojekte der Selbstorganisation der Russlanddeutschen. Die Netzwerkprojekte sind eine Reihe von Veranstaltungen, die der stärkeren Kooperation im Rahmen der Populisierung der deutschen Sprache und Kultur gelten, sowie der Festigung von zwischennationalen und internationalen Beziehungen. In Russland gibt es derzeit fünf derartige Organisationen, in Moskau, Banaul, Tomsk, Neusebiersk und Kaliningrad. In Kürze wird das deutsch-russische Haus in Omsk eröffnet. Das Projekt findet parallel zum Internationalen Tag der Muttersprache statt, der am 21. Februar auf Initiative der UNESCO zur Erhaltung von Sprach- und Kulturvielfalt ins Leben gerufen wurde. Die Aktion totales Diktat auf Deutsch nahm ihren Anfang bereits in den frühen 2000en Jahren. Im Studentenklub der Fakultät der Humanwissenschaften der Norosibirsker Humanwissenschaftsuniversität Glumklub. Schon das vierte Jahr in Folge findet die Aktion auf Initiative des DRH Tomsk statt. Dank der Unterstützung des Internationalen Verbandes der Deutschen Kultur, dem Ministerium für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation, dem Freien Russisch-Deutschen Institut für Publizistik der Fakultät für Journalismus der Lomolosev Universität und der Zentrale für Auslandsschulwesen erreichte die Aktion 2016 erstmals internationale Reichweite. Totales Diktat, das klingt sehr gewaltig. Die deutsche Sprache ist wichtig in den Beziehungen zwischen Russland und Deutschland. Es ist wichtig, dass man Deutsch kann, weil viele inzwischen zwischen den beiden Ländern pendeln. Es gibt noch viele Russlanddeutsche in Russland, die nicht Deutsch können, was ich schade finde. Aber vielleicht kann diese Aktion dazu beitragen, dass sie sich mehr der deutschen Sprache widmen. Ich meinerseits versuche auch mit Veranstaltungen und Radiosendungen die Leute zu animieren, Deutsch zu lernen und gebe sogar hin und wieder Deutschkurse. An der Aktion nahmen die Teilnehmer der Hallo Nachbarnkurse und der Deutschworkshops für Kinder und Jugendliche teil. Außer der Schule der 6. bis 11. Klassen, Studenten, Teilnehmer aus Kursstaaten, In- und Ausland, Deutschlernende und die, die ihre Sprachkompetenzen unter Beweis stellen wollen. Die Teilnehmer konnten unter vier Texten einen auswählen, die den Sprachniveaus A1, A2, B1 und C1 entsprachen. Die Ergebnisse werden am 4. April 2016 erwartet. Jeder Durchführungsort kürt seine Gewinner, die die wenigsten lexikalischen und grammatikalischen Fehler anhand der Bewertungsskala vorweisen. In jeder Alterskategorie werden die drei besten Arbeiten gekürt, die die Plätze 1 bis 3 haben. Die Gewinner werden anhand von Dankeschreiben bekannt gegeben. Ich wollte meinen Sprachkategorien testen, aber ich weiß, dass ich zwei habe. Die vollständige Liste mit allen Gewinnern wird auf dem Portal des Ministeriums für Bildung und Wissenschaft der Russischen Föderation und auf dem Informationsportal Russdeutsch veröffentlicht. 2016 gab es für die Aktion Totales Diktat 854 Anmeldungen. Insgesamt nahmen rund 100.000 an der Aktion teil, die aus 443 Ortschaften in mehr als 60 Regionen Russland, Kasachstan und der Schweiz kommen. Das ist eine sehr gute Idee. Das wäre sehr gut für die deutsch-russischen Beziehungen, für die Entwicklung und für die Vertiefung. Ich wünsche Ihres Haus und Ihres Verband viel Erfolg und alles, alles Gute. Totales Diktat 2016. Total richtig. Totales Diktat. Totales Diktat. Totales Diktat. Untertitelung des ZDF, 2020